Ja, so, hallo alle zusammen. Ich frage mich in letzter Zeit oft, wie wollen wir leben? Und mir ist ganz klar, mein Körper gehört mir. Ich beschäftige mich schon lange mit Diskriminierungen. Diskriminierung wird nicht wahrgenommen. Wir haben immer noch nicht die Diskriminierung überwunden, die es in der Gesellschaft gibt. Durch überzogene Moral wird es übertüncht, dass die Diskriminierung dennoch da ist. Teilweise wird sie dann von positiver Diskriminierung überschattet. Beispiele, die man dann hört, sind Personengruppe XY kann besonders gut tanzen, Frauen sind alle empathisch. Bei solchen Aussagen rückt wieder der Mensch aus dem Fokus. Man begegnet einem Menschen nicht, um ihn kennenzulernen, um sich auf ihn einzulassen und um zu schauen, was er mitbringt, sondern bleibt bei der Einteilung in Gruppen, die mit bestimmten Eigenschaften verbunden sind. Jetzt wird künstlich noch eine neue Unterteilungskategorie aufgemacht, geimpft und ungeimpft. Noch nie war die Teilhabe am Leben an eine Gentherapie geknüpft. Im Übrigen sind die Kriterien für eine Behinderung der Grad der Einschränkung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Durch 2 oder 3G werden nach diesem Kriterium nun mehr Menschen auf einen ähnlichen Stand gebracht. Besonders großartig ist dies für Menschen, die schon von Behinderung betroffen sind, sich vielleicht sogar aufgrund ihrer Behinderung bzw. chronischen Erkrankung nicht impfen lassen können. Möglicherweise möchten sie das Risiko, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Impfung noch weiter verschlechtert, einfach nicht eingehen. Als Resultat werden sie noch weiter eingeschränkt, als sie es schon in ihrem bisherigen Leben erfahren haben. Für Menschen mit Behinderung gibt es beispielsweise in der Uni Nachteilsausgleiche oder im Job steuerliche Erleichterung, auch wenn diese lachhaft gering sind. Und es wird es so etwas nun auch für Ungeimpfte geben. Wie ist das eigentlich mit dem in linken Kreisen vielbeschworenen Intersektionalismus? Wie unterscheidet es sich, Migrantinnen und ungeimpft zu sein, zu nur ungeimpft zu sein? Werden vielleicht sogar ausländerfeindliche Gedanken und sogar Äußerungen zunehmen, wenn sich herausstellt, dass die Person nicht nur einen Migrationshintergrund, sondern auch keine Impfung hat? Wie sieht es mit Geflüchteten aus? Werden Geflüchtete vielleicht auch nur dann aufgenommen, wenn sie geimpft sind? Wird das Asyl dann an den Impfstatus geknüpft? Ungeimpfte werden dann in das Herkunftsland, in dem Krieg herrscht, zurückgeschickt? Ist es das, wo wir uns hinbewegen? Hieß es nicht einmal, dass es einen Impfzwang nicht geben wird? Was ist das, wenn die Teilhabe am Leben, der Schutz vor Diskriminierung, vor politischer Verfolgung und vor Krieg an einen Impfstatus gebunden ist? Freiwilligkeit der Impfung? Nein, das ist Impfzwang. Das ist die Einteilung der Menschen in Klassen. Reicht es nicht, dass wir die alten, bestehenden Klassen immer noch nicht überwunden haben? Oder sollen diese neuen Klassen der Ungeimpften und Geimpften von den bisherigen Klassenunterschieden ablenken? Sollen diese gar noch verschärft werden? Es sei daran erinnert, dass die Klasse des Kapitals in der Corona-Krise seine Macht und seinen Wohlstand exorbitant ausgebaut hat. Die arbeitende Klasse hingegen ist in Schulden und immer prekärer werdende Verhältnisse gestoßen worden. Übrigens, die 3G-Regel trifft die, die ganz unten sind, am härtesten. Diese werden durch kostenpflichtige Tests dazu gezwungen, sich zu impfen. Wohingegen Wohlhabende ihre Gesundheit und ihre Würde, ihre Selbstbestimmung über ihren Körper durch Freitesten weiter beibehalten können. Daher fordere ich, Abschaffung aller Maßnahmen. Nieder mit der Maskenpflicht. Es lasse sich impfen, wer will. Und es sei keine Bedingung zur Teilhabe am Leben, was im Impfpass steht. Körperliche Selbstbestimmung. Impfen muss freiwillig sein. Und wehret den Anfängen einer 2G-Klassengesellschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.